Das ist super. Herr Martínez, wie fanden Sie heute das Spiel? Im Moment fühlt es sich noch an wie ein Traum. Es war fantastisch. Für mich macht es einfach stolz, bei dem Verein zu spielen. FGBTV, hier ist ein Ding! Da ist das Schandl! Da ist es so. To-to-to! Was ist das denn, Harmut? Ja! 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 Ja!